Boah... Warum? Wir wollen doch lieber in die Stadt laufen. Ja, weil du... So viel Ressourcen. Und jetzt kommst du mit Saas. Aber, aber... Ressourcen ohne Ende. Ressourcen! Ressourcen! Ich habe die Verteidigung und die Erholung dieses Flugplatzes gesteckt. Ich gebe nicht auf. Ich will das jetzt haben. Ich gebe nicht auf. Oliver will das jetzt haben. Okay, dann rüste ich mein Sturmgewehr aus. Derzeitiges Niveau ist schon mitzunehmen. Hallo. So. Kann man noch anwurfen hier. Ähm... Äh... 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 Na, egal. Was denn? Es sind ja nur zwei Raketen, ne? Ich habe noch... Äh... Äh... Wie steht, Boxer? Zehn! Äh... Boah! Was ist mit der Leiche passiert? Ah... Den Bomben wir jetzt weg da. Schnauzvolle! Drecks Fiescher, oder? Aber der von... Der von der... Äh... Startbahn ist nicht... Nein, der ist da hingelaufen zum anderen. Die... Die heilen... Die heilen sich gerade gegenseitig. Ne, oder? Nein, keine Ahnung. Das geht nicht. Pass auf, jetzt packen die so Schweißgeräte aus dem... Ne. Die haren sich... Und ballern... Oh... Dann läuft sie gleich zu einem einen kleinen rum. So einen kleinen rum. Ja, da guckst du blöd. Hahaha... Ich hab dich bei deiner Paarung gesprengt, du Arschloch. Aaah, Rakete! Ich kann da rein, ich kann da rein, ich schnau mich mir. Wow! Das ist langer Sicht begirrt. Da hat er sich aber selber einen vernünschenden Schlag zugeführt. Oh, der ist down! Also EMP down. Rakete drauf. Ja, ja. Weil der mit seinem... Mit seiner Schockwelle... Nochmal drauf. Nochmal drauf. Wie frisst der denn? Geh weg, du Scheiß. Wie entstaunt. Der muss groß und stark werden. Der muss groß und stark werden. Genau. Äh... Welche würde ich so rauf in die AK eigentlich? Ja, AK würde gut sehen. Wow! Diese Weisheit. Zerstörtert Mist wieder endlich! Next thing! Bumm! Ich zoffe jetzt hier bei! Äh... Kannst... Welche... Brauch diese Kompis? Moment! Kannst du ein Audi? So nochmal. Welche Munition braucht die Kompis? Kompis? Echt? Ja, das Ding, was du ständig rummachst. Das SMG. Äh... SMG. Also das heißt glaub ich auch SMG Munition. Äh... Okay, jetzt kann ich respawnen, weil jetzt kann ich gucken. Was war das? Was denn? Was für eine Wachse du hast? Die euch baufe? Äh... Meine Sturm... Meine... Meine Submaschinen gern. SMG. Äh... Warte, die verschießt. Lass mich sehen. Benutzt du nicht diese MP-Kompis? Ja, K... K, Kpistia MP46. Neun Millimeter verschießt die. Diese MP... Kp... Jaja. Aber, dafür habe ich 1000 Schuss. Ja, das ist... Alter. So, und wieder rein. Hab ich halt noch nie benutzt. Meine letzten zwei Raketen, ne. Die hab ich sogar einen grünnisch. Nämlich auch! 8 Raketen eingeballert. Wer spürst du die nochmal? Neun Millimeter. Neun Millimeter? Ja. Neun. Neun Millimeter. 9 mm vollmantel, da habe ich einmal 432 Schuss für, da habe ich einmal 235 Schuss, 9 mm, 9 mm Panzer brechen, da geht die Ich habe doch für 1200 Schuss, ich glaube das reicht, das reicht Ja, ich habe nur 235 Schuss, ich habe ja bisher immer die Sniper und die Schroten und ich habe halt noch nie Munizierung für so ein Ding verballert Ah, ich brauche die, ah, ich brauche die Oh, wie eigentlich ich da am Versteck genieße Das Ding ist aber schon ziemlich schramponiert Ey, waaat? Hans, du musst den weiter ablenken Ich bin dabei Ich gehe rein mit Expositionskanistern Oh, der andere ist wieder auf die Rollbahn zurück Oh, rollin', 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 rollin' They see me rollin', they hate it They hate it Trollin', we get you back Riding dirty Achete, schuss Riding dirty Bist du tot schon, oder? Was bedeutet das? Ja Du hast nur einen Durchfall Was? Genau So wie immer mein Jacken wäre hier Immer ne MP mit Mh 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 Wo ist das das? Mh 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 Weiß ich nicht Mh Mh Chou Mh 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 so der kampf rückt an nein die kampf rückt an wenn dann richtig ja alex nein du trägst gleich den zweiten minuten weiter lang grenzt trägerparty die da muss das monge gesicht in die da die da die da oder die da du hast keinen showerlack mehr mit mir was kann ich hier ein zugriff hier du arschloch die dinge staunt ja ja ich hab ne mp gezündet wenn man schreibt doch gar nacken warte mal oh mein gott das war eine graskammer machte machte es ist erst erst wieder bewusstlos Ich will diesen Kampf nicht einfach so aufgeben! Ich brauche ein Explosives, ich brauche ein Explosives! Warum bin ich bewusstlos? Ich habe die perfekte Waffe gegen so einen Vieh! Das Sturmgewehr, was muss das denn für Musik sein? Ah jawoll! 6 Vieh! Dabei habe ich gerade meine Geheimwaffe geholt! Mich? Mich? Oh! Der hat aber einiges dabei! Ich habe wieder 4 Raketen! Ich habe einfach alles rausgeholt, ich habe nicht geguckt was ich rausgeholt habe! Weiß einer was für Munition das? Nein! Das sind nur Rauchgeschosse die er dabei hat! Weiß einer was für Munition das Sturmgewehr AL-76 braucht! Nee! Leider nicht! Ne! So jetzt den zweiten Jungs! Ich habe dafür keine Ressourcen! Ja! Den zweiten! Oh je! Ja! Geil! Man, warum kann man eigentlich hier keinen Faustkampf machen? Yep! Aaaaaaaaaaaahaaa-haaaaaaaahaaaaaaaah! Ja! Ich komm ich mal hier rein! Oh hier! Wird gehen hier schon wieder rum rum Jaaaaaaaaaaaaaaaahaaa! Ich hopp schon wieder? Äh 2023- prolatschang sie auch schnellliebste schädelt Ach W python! Hat schon wieder schwöre? J电jukddeakan erf direito рассказывt ich bin ehrenlos jetzt wird irgendwo geschossen bei mir Alex läuft der Handy schon wieder rum jetzt hör doch auf au ich hab ne 2 Sterne AK bekommen ich hab ne Drohne zerstört hier Waffengiste bei mir ich geh jetzt was dringend ja kommt ihr Waffengiste ja 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 wir wissen was für Loot ihr bekommt gehst du nicht wow was Pascal was ich hab ne HP5 bekommen 3 Sterne was ist das für ein Ding nur irgendwas kleines MP-artiges nochmal irgendwas kleines MP-artiges Pascal wir sind doch echte Freunde hm glaube nie ich hab die Kippes in 2 Sterne bekommen ja die hab ich auch schon die Kappes ja hab ich auch schon so bestimmt finde ich es da vorne hat es Alex zerfetzt aber der große steht direkt neben dem abgestürzten Flugzeug Jungs und easy was ein 2 Sterne Schalldämpfer ohne Magnum hab ich es doch schon aber komm gönne 1 Stern 2 Stern 1 oh Gott ich hör schon wieder was Neues wo es ist rumstampfen hi 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 was war ich sag dir mal was ich bekommen jetzt will er mich auch noch hier aufreißen oh man oh oh das ist fies frech und gemeint von dir hier läuft irgendwo ein Harvest rum das ist aber ne 9mm Pascal hier ist noch ne Jungs Waffengäste komm mal run noch ne Kippes in 2 Stingens und ne Magnum ich komm nicht ich komm nicht ich komm nicht ich komm mal Alter das Ding hab ich sag pfff auch da im Regal wo eh das ist ne MP5 wo auch eben die andere ja klar 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 ja klar klar Alex du hast die Waffenkisten verpasst bist du wieder zickig oh ich nur ja ist ja klar dass ich wieder genau dann weg bin wenn die ja krasser Scheiße macht geht mal da in die Waffenkiste und guckt dass Alex die kriegt ich geh zu warten ja ja äh einer hat den Großen getriggert ne ne das war damals Pascal der ganze Zeit rumgeschossen ne die ganze Zeit einen Schuss vielleicht also das ist auf jeden Fall einer von euch gewesen der schießt nach euch naja ne Magnum und ein 3 Sterne Scope für ein Gewehr ich glaub schon wieder zum scheiß Granaten werfen so ich will einfach nichts Gutes in diesem Spiel jetzt willst du den Granat werfen nicht mehr ne ja das war ja klar aber warum ich sowas scheiße so haben hier schon mal ein paar geile Waffen gefunden ja nein die Raketen die Raketen drei Sterne Granaten werfen sonst n geh ich Jungs, es sind zwei Harvester, glaube ich, hier unterwegs und ein großer steht noch auf dem Rollfeld. Ja, es ist der hin, der schießt auf dich. Ob der gerade der Amiruhr losrennt. Nee, der schießt auf dich, siehst du das? Der schießt über mich hinüber und auf dich. Der schießt überhaupt nicht bei mir. Weil der schießt gerne so eine Raketen auf dich und ich juck das einfach nicht. Bei mir schießt der auch gar nicht. Jetzt schießt er. Mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad. Oh, die MP5 ist aber nur in zwei Teilen besser als, äh, nur in einem Teil besser als die Kappes. Das ist Wallach. Ne Wallach. Ja. So. Dann haben wir das Flugfeld doch einigermaßen jetzt gekleert, bis auf den großen da hinten, ne? Naja. Naja. Und die zwei Harvester, die hier noch irgendwo rumrennen. Ja, aber auf dem Flugfeld sind die ja nicht mehr. Ich mein, was hier vor alles rumgelaufen ist? Noch sind sie nicht auf dem Flugfeld. Noch. Lass uns das ändern. Das werden die von alleine ändern. Ich bin dabei. Yo. Da hat eine Rehabilitation. Wir kämpfen da schon wieder. Nein. Es wird heiß geschossen. Geldradio. Okay. Oh, ein Fahrrad. Das ist meins. Haram, haram. Krass. Nee, nicht haram. Nicht haram. Nee, Fahrrad. Nee, Fahrrad. Doch, haram. Nein, Fahrrad. Immer haram. Aber immer Fahrrad. Nein, nein. Immer haram. Ah. Fahrrad. Nee. Los. Fahrrad. Da ist wohl die Baracke in meinem Gesicht explodiert. So. Mann, ich will hier noch eine Waffengiste finden oder so. Aber der Loot hier ist eh gut. Also so schlecht ist er hier gar nicht. Ja, ja. Kann man jetzt eben wieder. Drei Sterne MP gekriegt dort. Ja, aber es ist nicht schlecht. Wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man, wenn man das dann damit vergleicht, was wir da reinballern müssen, dann, ähm. Aber, Oliver, es ist ja noch mal mit Spaß verbunden. Ich hab keinen Spaß. Aber, aber ich auch nicht. Mach's nur für die Clicks. Ähm, ja. Gut. Ich hab' vielleicht einen, hat sich einen Fehler gemacht. Was hat er am roten geschossen? Ja, nicht geschossen. Ich bin nur an ihm vorbeigedackelt. Da kommt noch ein großer, ja, halleluja. Boah. Boah. Ich hab' es überlebt. Boah. Er ist gar nicht schwirr, hier. Boah. Ich bin im Fahrrad. Hm. Haram. Ein Haram, nehmlich. Ein Haram. Gehen wir heram fahrten, so? Jo. Geil. So. So. Boah. 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 Eiskalt. Ja, wir machen seit, 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 aufnahmen nur dasselbe. Ja. Das ist überleben. Oder sagen. Seine OP-Pamka nicht hat. Am besten will ich eine legendäre 10-Sterne-Pamka, die alles mit einem Schuss in 1.000 Kilometer entferntötet. Erdo Minski, davon läuft noch einer. Wo? Erdo. 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 Der Widersacher der Gesellschaft läuft da vorne rum. Äh. Wie? 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 Wer das Ferngas ausrüstet. Ja. So wie alles andere. Ja. Das ist der, der gerade eben auf dem, äh, ähm, Flugfeld stand. Das ist der rot-schwarze da. Und wer ist dann der da auf dem Flugfeld steht? Das ist jetzt ein neuer grüner. Also, vorher war es nur einer, jetzt sind es zwei grüne. Keine Ahnung. Oh, jaja, jaja, jaja. Weil wir konnten dem ja aus dem Weg gehen, von daher. Ah, so fehlen, nichts weiter. Wollen wir das im Feld eigentlich verlassen, oder? Nein, wir, wir bleiben bleiben. Wir halten, weil wir. Also ich hätte glaube ich alles geloten, oder? Also da hinten, wir können doch gerne nochmal gucken. Warte mal. Ja. Es war der Minimus, ja. Also ich frage euch das nur, weil ich das Schlachtfeld schon verlassen habe. Also das Rollfeld. Ja, das. Ja, okay. Ähm, soll man dann nicht die Stadt oder wenn ich schon mal da in der Richtung sei? Was? In die Richtung geht sie in die Stadt? Ja, ungefähr in die Stadt, ja. Okay, dann warten wir an dem Haus auf Pascal noch. Alex läuft irgendwo in den Wald? Ja, hat er keinen Bock mehr. Der führt jetzt einen Einsiedler, Lieben. Ja. Ja. Ich, ähm, na? Ich bin Einsiedler. Ja. Zwei Siedler. Aha. Ja. Krass. Komm mal. Leute, wie geht's euch eigentlich? Schreibt's mal in die Kommentare. Alex will's wissen. Weck alle wissen. Ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Content hier, wenn das Spiel kein Lied ist. Oh, gut. ox po Buch Das muss ich ballern, deine Rolle! Troon Beach! Auf dem Boden rimmer. Genau. Oh eine Drohne, die ich zerballert hab Mama, allah. Al assisted Kolex, die ich wohl gedacht habe sie müsse wieder aufstehen. Hm... Gestern, Aktien, unser elever! Nein Bruder. in eine richtung alles neben dem 4 3 röhrenfernseher ist am arsch weiß nicht warum der kammerjäger macht seinen job gut nicht der röhrenfernseher ja wer kann das nur gewesen sein wer würde so etwas monströses nur tun und kein wunder dass die leute glauben dass man es heutzutage nicht mehr findet wir haben die kasseli springen alle in die duft ja aber auch für die schaufläche wo soll man objekte finden Leute wie geht das so auf alle Untertitelung des ZDF, 2020